Hallo Leute, was geht ab bei euch? Hier ist der Flo mit einem Push-Workout aus meinem aktuellen Trainingsplan. Und zwar ist es der Push-A-Tag. Ich starte den Trainingsplan mit der Incline Chest Press mit einem Top-Satz. Und zwar waren das da vier bis sieben Wiederholungen. Ich glaube, ich habe sechs geschafft. Und die letzte Wiederholung war schon sehr grenzwertig, wie man jetzt dann gleich sieht. Ich bin aktuell im Home-Gym von meinem Bruder am Trainieren im Burgenland. Ja, da sieht man jetzt auch den Grinder. Und zwar Wraps in Reserve 0, denke ich, passt da ganz gut. Der zweite Satz ist ein Back-Off-Satz mit 9 bis 13 Wiederholungen mit auch wieder 0 Wraps in Reserve. Ja, seit der Corona-Krise eben bin ich da am Trainieren. Ich habe meinen Plan ein bisschen umgestellt, aber ich kann sehr gut weiter trainieren, sehr hart weiter trainieren. Also mir geht es da gut. Und ich kann sehr gut verstehen, dass viele jetzt momentan eine ziemliche Krise haben in dem Ganzen. Was ich jetzt aber so mitbekommen habe, ist, dass sehr viele sich schauen, dass sie Equipment überall herbekommen. Also man kann versuchen, einfach das Gewicht zu halten, nicht an ein Defizit zu gehen. Versuchen, weiterhin hart zu trainieren mit Resistance-Bändern, TRX und so weiter. Alle möglichen Gewichte, die man finden kann, benutzen. Und dann sollte zumindest der Muskelerhalt möglich sein. Und bei so Übungen wie Dips oder eben auch Klimmzügen kann man auch sehr gut Progress machen in der Zeit. Gut, weiter geht es da mit Kurzhantel-Flachbankdrücken. Da habe ich die 50 Kilo, das ist das schwerste Gewicht in dem Homegym, habe ich jetzt beim ersten Mal siebenmal gedrückt, aber die Kamera hat es dann nicht aufgenommen. Und ich ersetze jetzt da einen Satz eben mit den 50ern und ich drücke sie dann beim zweiten Mal sechsmal. Die 50er siebenmal habe ich, glaube ich, das erste Mal gedrückt. Also bin da sehr froh über den Progress, den ich mache. Und auch das Umsetzen klappt mittlerweile sehr gut. Und ja, jetzt ist halt die Frage, was ist der nächste Schritt, den ich da mache in Richtung Progression. Jetzt schaue ich jetzt einfach, dass ich weitermache, acht Wiederholungen, neun Wiederholungen. Oder setze ich die Übung an einer Stelle weiter zurück. Aber ich denke, es ist schon noch mehr möglich. Back-Off-Satz, neun bis dreizehn Raps, auch wieder Raps in Reserve Null. Ich finde auch, Raps in Reserve, ja, ich gehe gerne ans Muskelversagen. Und eindeutiges Muskelversagen sehe ich eigentlich nur, wenn ich wirklich Raps in Reserve Null habe. Die meisten, die so sagen, ja, irgendwie RPE 7 oder eben Raps in Reserve 3. Ich tue mir da sehr schwer, eher mit dem Einschätzen. Und man muss sich da schon sehr gut kennen. Und ich denke, Intensität ist fast das Wichtigste beim Training. Also für mich zählt da die Intensität am meisten. Habe schon immer eigentlich mit Raps in Reserve Null, also immer ans Muskelversagen, bei sehr vielen Übungen ans Muskelversagen trainiert. Aber natürlich bei manchen Übungen kann man ans Muskelversagen gehen, mit sicherer Ausführung. Bei anderen Übungen würde ich jetzt eher sagen, dass man schaut, dass das technische Muskelversagen passiert, ja. Gut, weiter geht es mit einer Close Grip Bench. Und zwar ist es ein Light Set, 13 bis 17 Wiederholungen. Da geht es dann einfach darum, dass ich bei so einer Übung, die ein bisschen mehr auf die Ellbogen geht, das heißt ein bisschen an Pump rein kriege, ein bisschen die Übungsausführung, weil der zweite Satz wird dann ein bisschen schwerer. Ich kann aber auch sehr gut Progress machen, eigentlich mit High Wraps. Das sind jetzt 70 Kilo und die drücke ich da auch 17 Mal. Und jetzt kommt der schwere Satz. Da bin ich auf 100 Kilo raufgegangen und habe die 5 Mal gedrückt. Das fühlt sich nach diesem Light Set einfach auch viel besser an. Also man ist einfach so ein bisschen vorbereitet für diesen schweren Satz, finde ich. die Gelenke fühlen sich gut an und es fühlt sich alles sicherer an. Dann geht es weiter mit einer mit Schrägbank Kurzhantel drücken. Und zwar mache ich das normalerweise eben das Gym mit der Schrägbank, Inclined Chest Press von Gym 80 und zwar mit Pause unten. Also ich versuche da 2 Sekunden Pause zu machen und drücke dann das Gewicht erst drauf. Dann kommen 5 Sätze Seitheben und zwar 30 Wraps. Das ist jetzt nicht irgendwie 25 bis 30, sondern es sind wirklich nur 30 Wiederholungen, die ich schaffen soll. Am Anfang sieht man auch, die Ausführung ist sehr gut, aber die Ausführung wird mit der Zeit schlechter. Im Dust Gym mache ich die auch an einer Seithebemaschine. Und zwar schaut es auch so aus, dass ich eben versuche, die Übung so lange zu machen, mit schöner Ausführung wie es geht und dann nur noch Half-Raps zu machen, also Teilwiederholungen, so weit drauf wie ich kann. Und das Gewicht lasse ich gleich und versuche einfach immer auf 30 Wraps zu kommen, auch wenn eben die Ausführung nicht mehr passt. Aber es ist einfach ein Haufen Diamond Attention dann und ich spüre die Schulter dann auch gut, auch wenn jetzt da die Ausführung nicht so gut ist. Andere würden da vielleicht schon sagen, die Übungsausführung passt schon so nicht mehr. Das ist dann schon wieder ein Muskelversagen wegen der Technik. Aber ich spüre die seitliche Schulter super nach den Sätzen, also das Blut geht rein. Funktioniert gut, die Intensität passt. Ja, und da habe ich noch einen Satz gezeigt. Ich mache das da an einer Bank, wo ich mich drauflege, also ganz hohe Schrägbank mache ich einfach als Variation, weil ich habe auch schon normales Seitheben im Plan und Seitheben im Sitzen. Die Variation mache ich einfach, weil es eben keine andere Möglichkeit auch da gibt, eben das so auszuführen und das Abstützen finde ich eigentlich ganz cool. Die Variation, da bleibt man stabil in der Bewegung und kann sich einfach auf die Ausführung konzentrieren. und ich schaue da immer beim Seitheben, dass ich die Arme nach außen schiebe, also wie als würde man links und rechts eine Wand wegschieben. Also nicht nach oben, sondern nur nach außen, denke ich mal bei der Übung. Versuche auch das Handgelenk stabil zu lassen und eigentlich den Ellbogen ein bisschen raufzuschieben. Falt mir aber auch schwer mit den langen Armen, die ich habe. Aber ich würde sagen, die Schultern zählen nicht zu meinen Schwachstellen. Also da bin ich eigentlich ganz zufrieden und ich spüre sie auch ganz gut, so wie ich die Übung ausführe. Also ich spüre die Schultern sehr gut, ja. So, ein bisschen Posen. Blut ist drin in den Schultern. Pumped. Muss man ein bisschen Posen. Und weiter geht es mit der Rear-Telt-Row da am Kabelzug. Vier Sätze von 13 bis 15 Wraps und auch eine Wrap in Reserve. Eine Wrap in Reserve einfach, weil es da sehr schwer ist, bis ans Muskelversagen zu gehen mit korrekter Ausführung. Und da ist die Ausführung dann doch sehr wichtig bei der Übung. Ich versuche da im Schultergürtel neutral zu bleiben. Nicht den Schulterblatt nach unten zu drücken aktiv, und auch keine Retraktion am Ende der Bewegung. Der Griff ist so gewählt, dass man leicht abgespreizt ist vom Körper. Man schafft es so einfach, so weit wie möglich nach hinten zu gehen in die Kontraktion und probiert es einmal aus. Geht es einmal einfach nach hinten und spürt es einmal eure Schulter, wenn ihr eben diesen Griff ungefähr habt. Die Einstellung viel besser, als wenn ihr das Ganze mit einer Stange, mit einer geraden Stange macht, so wie ihr im Oberhandgriff greift, wo viele dann denken, dass es eben für die hintere Schulter ist. Aber wenn ihr das mit dem Griff macht, kommt es einfach viel weiter zurück und habt einfach viel bessere Kontraktionen in der hinteren Schulter. Ich schaue, dass ich da ebenso neutral wie möglich bleibe, aufrecht wie möglich sitzen, nicht einrunden mit dem Oberkörper und eben versuche, so weit wie möglich nach hinten zu kommen. Im Dust Gym habe ich die Übung momentan auch mit einer Chest Supported Row gemacht, also wo man Brustpolster hat. Das hilft auch gut, also Stabilität hilft dann da auch. Und bei der letzten Übung angekommen, das ist ein Überkopfdrücken mit dem Seil mache ich es da. Normalerweise mache ich es auch in so einer V-Station, zwischen links und rechts mit einem Kabelzug, also unilateral, also in jeder Hand ein Kabel. Ich habe es jetzt aber da mit diesem extrem langen Seil gemacht, fühlt sich auch gut an. Und zwar mache ich die Übung drei Sätze, 17 bis 7. Und zwar versuche ich im ersten Satz 17 Wiederholungen zu schaffen, und mit dem zweiten bin ich dann eben so zwischen 17 und 7, also ungefähr auf 12 um den Dreh. Und die letzte mache ich dann richtig schwer mit 7. Auch wieder für den Ellbogen finde ich es angenehm, wenn man zuerst einmal ein bisschen mehr Wraps macht und dann das schwere Gewicht. Bei dieser Overhead-Variation habe ich eben das lange Seil genommen, weil ich eben auch normalerweise nicht die Ellbogen so stark nach oben nehme, sondern eher versuche in so einem geraden Winkel zu bleiben. Falls euch das auffällt da bei der Ausführung. Genau, und der letzte Satz war dann auch schon, ich glaube, zweieinhalb Stunden das Training gedauert. An dem Tag schon ziemlich fertig, aber trotzdem gut Progress gemacht. Am Ende der Bewegung versuche ich noch das Seil auseinanderzuziehen. und die Bewegung so kontrolliert wie möglich zu machen. Das waren die 7, schaut auch noch leicht aus. Wäre wahrscheinlich noch mehr gegangen. Und am Ende noch ein bisschen Show, ein bisschen Posing. Ja, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächstes Mal. Nichts. Assim. Careful.